Nun sind wir hier aus den Pleiaden und wir sprechen über diese Zeit, die ihr die Zukunft nennt. Es ist eine parallele Vision und Realität, die ihr hier die Zukunft nennt. Es ist die Großartigkeit in der parallelen Möglichkeiten, die ihr visualisiert. Es ist nichts, das ihr in die Veränderung nehmt. Es ist nichts, das ihr in die Wandlung des Tuns nennt. Es ist die reine Visualisierung, es ist die reine Kraft des Wandels durch die Hineingehensweise in diese Struktur der Energetischen. Ihr seid die Erschaffenden eurer energetischen Struktur, eurer energetischen Reflexion. Und so seid ihr nun die Gehenden in der Umkehr dieser Energie. Ihr seid die Wender. Ihr seid nicht die Erforscher, die Mutanten. Ihr seid nun eine neue Art, eine neue menschliche Art und Denkprozessmaschinerie. Ihr seid eine Denkprozessmaschinerie. Diese eine Kraft des Wandels der Energie. Und das ist eine neue Möglichkeit der Wandlung der Energie und der Reflexion. Es ist eine neue, schnelle Möglichkeit in die neue Realität, in diese eine sogenannte Zukunft zu gehen. Ihr seid jetzt die in fast Lichtgeschwindigkeit Wandernden der Energie. Wir erkennen das aus der Perspektive der Schiffe, aus der Perspektive der galaktischen Möglichkeiten und der galaktischen Föderation. Und so seid ihr nun die, die Großartigkeit des Wandels in der Energie. Und es ist nicht die, es ist nicht die, ihr sagt dem, diese eine Entwicklung. Es ist nicht die lineare Zeit der Entwicklung. Es ist nun die Zeit des Schiffs, es ist die Zeit des, des energetischen, des energetischen Ersprungs in die neue Art des Erkennens, in die neue Sichtweise, in die Sichtweise in der, in der bildlichen Form des Sehens, der Zukunft. Ihr seid nun die Wandler der Energie und es ist nichts, was nicht bereits in der Erwartung auf euch ist. Ihr seid nur die Wender der Energie. Ihr, ihr schaut auf die alte Energie. Nun gut, was seht ihr die alte Energie? Ihr, ihr schaut nun in die neue Energie. Ihr entwickelt in der, in der Rück, in der Rück, in der Rückverbindung des, des, des Wissens von allem. Was ist? Ihr seid die, ihr seid die Inkarnationen der Großartigkeit, der bereits in der Wissenheit haltenden Möglichkeiten. Nun geht zurück in diese, in diese Klarheit, in diese Großartigkeit des, sich zurückerinnens, in die Möglichkeiten, die ihr hier habt auf der Erde. Und es ist getan. Es ist getan. Ihr seid die Wandler, ihr seid die Wandler. Nun geht in die Großartigkeit der Anzahl der Wandler und ihr wandelt das, ihr wandelt diese, diese Frequenz in die neue, die Zukunftsfrequenz. Doch nichts ist an eine, diese eine, an diese eine lineare Entwicklung gebunden. Und nichts ist in der Verschlemmerung, wie ihr das denkt. Es ist die energetische, es ist die energetische, diese energetische Sturm, Sturm, Sturmwandlung hier auf diesem, diesem, diesem Planeten. Es ist die energetische, diese, diese auf, nichts ist mehr in der alten Bahn. Es ist nun die zwei, diese zwei Energiestrategien gehen aufeinander. Das ist die Klarheit der, der, der sich durchmischend, der sich auf, dieses auf, dieses Aufwindes. Und nun seid ihr diese, diese mit den noch Sandkörnern in den Augen und diese, diese herumirrenden in dieser, in dieser Energie, in dieser, in dieser, in dieser, in dieser Staub und Sand bedeckten, diesen Augen, in der Energie des sich, des sich Bewegens, in diesem Sturm und noch nicht so genau sehen. Doch was kannst du tun? Und du, 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 du gehst hin und du setzt dich hin in diese, in dieser, in dieser, in dieser, in dieser Wüste und du gehst hin und du fühlst dich und du, du fühlst da, wo ist dieser Planet, wo ist dieser, dieser, dieser Mond, der mich führt, wo ist dieser Stern, der mich führt. Und du spürst die Energie aus diesen Welten und du lässt dich führen. Das ist die Kraft des sich Zurückerinnerns. Und du wirst in den klaren Momenten dann weitergehen und du wirst in den klaren Momenten diese, diese energetische, diese, diese energetische, auf, auf Windkraft nutzen und, und dich hier weiterbegeben. Und dies als, diese, wir haben es schon oft gesagt, es ist diese eine Funktion der Türme mit dem Licht. Es ist eine Art Lichtturm in dieser, in dieser Sturmfrequenz. Es ist eine Art, es ist eine Art, eine Art, nun sich heraushebens aus dieser, dieser staubverwischten Energie und ihr seht klar in der Höhe, ihr seht euch, ihr erkennt euch und ihr geht da hinaus, aus dieser Kraft des Sturms. Ihr seht die Großartigkeit, ihr seht diese Vision der Zukunft, es ist die Großartigkeit des Erkennens. Was möglich ist, ihr werdet nichts verändern, nichts Gutes, Neues, Schönes, Großartiges in der Liebe erleben, wenn ihr nicht die Kraft der Vision nutzt. Es ist nicht das Blicken auf diese Negativität, es ist nicht das Blicken auf diese alte Frequenz, um das Neue zu erschaffen. Erkenne jetzt, gehe hinaus, trete hinaus aus dieser Kraft des Niederschwingendes, aus dieser Kraft der Sandkornenergie. Energie, gehe hinaus, in die Kraft der Klarheit, in die Kraft der Sterne, in die Kraft der Lichtwelten und sehe die Klarheit, sehe die, die Begleiter in der gleichen Kraft. Verbinde dich mit diesen Lichtimpulsen, dieser strategischen Leuchtturmfunktionen und gehe hin und verbinde dich und kläre das Feld. Kläre das Feld. Es ist die Wahl des Hinaustretens immer und diese Wahl gilt für alle, für alle, für alle hier leben in dieser Energie. Und so geht hin und hebt das Feld, klärt das Feld. Das ist die Großartigkeit hier, nun auf diesem Planeten hier zu tun. Wir sind in der Bereitschaft, diese Motivation, diese Freude und diese Kraft zu begleiten, in unserer Möglichkeit des Daseins. Wir sind die Beobachter, wir sind die, die, die multidimensionalen Persönlichkeiten von vielen, 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 diesen Inkarnierten hier nun auf der Erde. Und wir sind in der Bereitschaft und ihr seid in der Verbindung immer, 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 ob ihr diese eine nutzt oder ob ihr sie nicht achtet. Es ist nicht die, es ist nicht die Frage des, des Müssens, es ist die Frage des Wollens, es ist die Frage der Entscheidung. Es ist nicht die gleiche Agenda von jeder dieser einen Persönlichkeit hier auf der Erde. So ist nichts zu verurteilen, es ist alles anzunehmen. Doch du, du, diese eine Persönlichkeit, die nun diese Botschaft hört, wird vielleicht in Resonanz ergehen mit der Kraft des Hinaustretens aus diesem Sandkornsturm und das zu sehen, was es zu sehen gibt, in der, ihr sagt, dem eine lineare Zukunft. Und wir sagen euch, es ist das Wenden der Energie. Es ist alles sehr schnell, schnell, schnell jetzt in der Realität. Es ist das Bestehende, das in die Wahrnehmung geholt wird. Es ist nichts, was gebaut, nichts, was niedergerissen werden muss. Alles ist bereits in der Bereitschaft. Es ist die reine Kraft des Wanderns, der energetischen Sichtweise und der energetischen Kraft des Reflektierens der Lichtimpulse in die Möglichkeiten des schönen paradiesischen Lebens hier auf der Erde. So geht ihn und tut das, was ihr in eurer inneren Resonanz habt. Ihr habt diese Resonanz in der Liebe und in der Freude und wenn du das noch nicht spürst, dann fühle dich hingezogen in die Kraft des Lichts, einer dieser Lichtturmimpulse. So, wir sind hier aus den Pleiadern und wir danken für diese eine Durchsage in dieser einen Zeit des Daseins. Wir verabschieden uns aus den Pleiadern. Ich bin Arktus.